Die sieben Mythen der Pestizidindustrie. Mythos 6. Die Gifthersteller behaupten, ohne Pestizide könne in der Schweiz kein Obst und Gemüse mehr hergestellt werden. Das ist falsch. Biobäuerinnen und Biobauern beweisen bereits heute, dass es geht. Auf etwa einem Sechstel der Schweizer Landwirtschaftsfläche wird biologisch produziert. Und das erfolgreich. Auch anspruchsvolle Kulturen, wie etwa Gemüse, Äpfel oder Trauben, gedeihen ohne synthetische Pestizide wunderbar. Dank resistenter, dem Standort angepasster Sorten und viel Know-how.